27 Im Hotel Ankunft Haben Sie ein Zimmer frei? Ich habe ein Zimmer reserviert. Mein Name ist Müller. Ich brauche ein Einzelzimmer. Ich brauche ein Doppelzimmer. Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche. Kann ich das Zimmer sehen? Gibt es hier eine Garage? Gibt es hier einen Safe? Gibt es hier ein Fax? Gibt es hier ein Fax? Gut, ich nehme das Zimmer. Hier sind die Schlüssel. Hier ist mein Gepäck. Hier ist mein Gepäck. Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen?